Sie wünscht sich nicht schönes und gesundes Fell bei seinem Hund. Ich habe heute Franzi Knabenreich eingeladen. Hi! Ich freue mich mit ihr, über verschiedene Felltypen zu sprechen und Fellpflege im Allgemeinen. Hallo Leute, mein Name ist Massi Samin und ich bin hier mit meinem Mädchen. Und wir haben Franzi Knabenreich eingeladen. Hallo Franzi! Stell dich uns doch mal vor. Ja, ich bin die Franzi Knabenreich, bin seit 8 Jahren professionelle Hundestylistin. Und das hat weniger mit Styling zu tun, sondern eher mit Fellpflege. Also man könnte auch sagen, ich bin eine Hundefrisörin. Was heißt jetzt genau, Pflege? Ist das nur eine Optik oder ist auch die Gesundheit gemeint damit? Nein, das ist natürlich nicht nur eine optische Sache, denn wir haben ja über 400 verschiedene Rassen. Und jede Rasse kann und muss sogar gepflegt werden, weil es verschiedene Fellschichten gibt. Und die wenigsten Zweibäner wissen, was sie eigentlich für einen Hund zu Hause haben. Franzi, bei den ganzen verschiedenen Rassen, wie viele verschiedene Felltypen gibt es eigentlich? Also Massi, du wirst dich wundern, es gibt nämlich 12 verschiedene Felltypen. Wir brechen es aber heute auf drei verschiedene Felltypen runter. Also der erste Felltyp, vermeintlich der einfachste, ist das einschichtige Fell. Also Hunde, die wirklich nur eine Fellschicht haben, keine Unterwolle, kein loses Deckhaar. Da gehört zum Beispiel der Pudel dazu oder der Malteser, Yorkshire Terrier. Vermeintlich, einfach in der Fellpflege denkt man, weil nur eine Fellschicht, aber man muss ganz, ganz, ganz intensiv diese Hunde pflegen. Das heißt jetzt also, fehlt denen irgendetwas einschichtig? Sind die jetzt irgendwie ärmer dran? Oder was kann man sich da jetzt vorstellen? Nein, denen fehlt eigentlich nichts. Eigentlich haben die es ganz gut, wenn sie gut gepflegt sind. Das Problem ist, einschichtige Felltypen neigen oft dazu zu frieren, weil ihnen die warme Unterwolle fehlt. Und einschichtige Felltypen, wer nicht hart verfilzt, die neigen leider dazu, wenn man sie nicht regelmäßig bürstet, zu verfilzen. Viele Leute wundern sich, ja, mein Hund, der hat so Rubbel und Beulen und dann sage ich, ja, das sind keine Beulen, das ist Filz. Also viele Menschen bürsten nicht richtig, ja, und dann verfilzt das Fell und dann ist das eine Katastrophe für den Hund. Denn Filz auf der Hundehaut tut weh. Jetzt einschichtig, kurzes Fell? Nein, einschichtig ist meistens langes Fell. Also der Pudel zum Beispiel, der würde wachsen bis nach Backland. Also ganz, ganz lang, wenn der nicht regelmäßig geschoren oder geschnitten wird, dann wächst das Fell ohne Ende. Havaneser, Malteser haben auch langes Fell. Man kann das kürzen. Viele Leute denken nämlich, wenn man da fünf oder sechs Zentimeter abschneidet, dann friert der Hund. Das stimmt nicht. Also der Hund macht keinen Unterschied, ob er so langes Fell hat oder so langes Fell. Das merkt er nicht. Wichtig ist, dass es gut gepflegt ist, also gut gebürstet. Dass die Augen schön freigeschnitten sind, dass die Pfoten unten schön sauber sind. Weil wenn die Hunde so langes Fell in den Pfoten haben, dann rutschen die auch auf Parkett, auf Fliesen. Ich kenne das auch selbst. Ich habe einen Hund, er hat auch relativ langes Fell und bei ihm verknoten sich das zwischen den Pfoten. Genau. Und das ist natürlich, das kann Schmerzen verursachen. Wenn die Hunde dann anfangen, komisch zu laufen, dann würde ich einfach mal in die Fußballen reingucken. In der Regel ist es dann Filz, der in den Fußballen drin sitzt. Was ist jetzt genau dabei zu beachten, bei den einschichtigen Hunden? Also einschichtiges Fell muss regelmäßig gebürstet werden. Mindestens zwei, dreimal die Woche. Es kommt ein bisschen auf die Dicke des Fells an. Und natürlich kann man mit diesen Hunden auch zum Hundefriseur gehen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem zweischichtigen und einem einschichtigen Fell, mal abgesehen davon, dass der zweischichtige noch eine Schicht dazu hat? Also zweischichtiges Fell haben oft Hunde, die kürzeres Fell haben. Also bei zweischichtigem Fell wäre zum Beispiel der Vertreter der Golden Retriever, das ist eine sehr beliebte Hunderasse. Oder der Mops zum Beispiel aus Australian Shepherd. Das sind alles Hunde, die zweischichtiges Fell haben. Und diese zweite Schicht ist die Unterwollschicht. Und die wärmt Hunde im Herbst und im Winter natürlich vor der Kälte. Aber wichtig ist, diese Unterwolle muss auch rausgebürstet werden, denn zu viel Unterwolle ist auch nicht gut für den Hund. Worauf ist noch zu achten beim zweischichtigen Hund? Also zweischichtiges Fell sollte regelmäßig gewaschen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn sie haben eine ganz andere Struktur von der Haut und vom Fell. Das heißt, wenn man regelmäßig bürstet, dann fettet die Haut. Und dann gibt es Schuppen, das Fell wird ganz fettig. Und da ist es gut, wenn man regelmäßig alle vier, acht Wochen die auch mal wäscht. Jetzt sagt man ja, ach Mensch, Hunde, die muss man doch nicht waschen. Wer wäscht sich denn schon in der Natur? Damit machst du nur die Haut kaputt. Du musst nur erst dann duschen, wenn sie stinken. Das ist ein Mythos, den ich in der nächsten Sendung mit dir bespreche. Denn das Thema Waschen ist nämlich ein ganz, ganz großes Thema. Aber das besprechen wir in der nächsten Sendung. Jetzt gibt es auch noch einen dritten Felltyp. Richtig. Der dritte Felltyp ist der spannendste Felltyp, denn er hat, wie der Name schon sagt, drei Feldschichten. Das sind zum Beispiel Irish Terrier, Parsons Russell Terrier, Kern Terrier, West Highland Terrier. Im Prinzip könnte man sagen, alle Terrier haben dreischichtiges Fell. Die nennt man auch Trimmrassen oder Trimmhunde. Und zwar das Thema Trimmen ist nicht, wie viele Leute denken, schneiden oder scheren, sondern Trimmen bedeutet, altes abgestorbenes Fell aus der Haarwurzel, aus der Haut zu ziehen, zu zupfen. Und das macht man alle paar Monate und dann zupft man das alte abgestorbene Fell raus und unten drunter gibt es eine neue kurze Fellschicht. Das ist so ein bisschen wie Zauberei, ein bisschen wie Magie. Jetzt ist beispielsweise bei meinem Mädchen so, und sie ist ja ein Kangal, dass ich immer merke, dass dann so kleine Haarbüschel da hängen. Und wenn ich da mal rausziehe, habe ich einen richtigen Pinsel in der Hand. Genau. Sie ist natürlich kein typischer Trimmhund. Aber das wäre im Prinzip auch Trimmen. Also loses Haar entfernen mit der Hand. Jetzt habe ich schon mal den ekligen Begriff Rupfen gehört tatsächlich. Was sagst du denn dazu? Also Rupfen hört sich echt martialisch an und das ist auch der falsche Begriff dafür. Also Trimmen oder Zupfen wäre ganz gut. Das tut den Hunden nicht weh, aber es muss regelmäßig gemacht werden. Weil sonst, wenn diese alte Wolle drin bleibt, das abgestorbene Fell, dann fängt es an zu jucken. Das ist so, als wenn du einen Wollpullover acht Wochen anhättest, dann kratzt es sich auch irgendwie. Ich habe meinen Wollpullover dabei. Den kann ich dir nachher noch trimmen, wenn du willst. Ist dabei zu achten, wann man am besten zupft? Ja, also es gibt so eine Art Reifegrad des Fells. Das heißt, alle paar Monate, und das muss man individuell mit seinem Hund auch erarbeiten, diesen Verlauf. Oder wann ist das Fell reif? Und ein Indikator, wenn das Fell reif zum Zupfen ist, ist, wenn der Hund sich kratzt, weil er möchte natürlich, dass die Wolle rauskommt. Wenn der Hund anfängt zu haaren. Und wenn das Fell länger, länger und heller auch wird. Also es verliert dann die Farbe, weil es ist ja tot. Also kann man ein bisschen anprobieren, anzupfen, wenn sich was löst, dann weiß man Bescheid. Aber es gibt ganz, ganz viele Rassen oder ganz viele Besitzer, die einen Zupfhund haben. Die wissen das schon, alle drei Monate, alle vier Monate, alle fünf Monate muss ich zum Trimmen. Das ist ganz unterschiedlich. Muss man die denn unbedingt zupfen oder benutzt man auch beispielsweise einfach eine gute Bürste, um das rauszukämmen? Also viele Leute, die ich so kenne, die mit mir reden, die sagen, ja, der Wolf, der wurde ja früher auch nicht vom Hundefriseur irgendwie bearbeitet. Ja, natürlich. Aber wir leben im 21. Jahrhundert. Und es gibt so viele Rassen, die gepflegt werden müssen. Und ja, man muss sie trimmen. Denn wenn man dieses alte Fell nicht aus der Haarwurzel entfernt, dann hört die Haut auf, neues Fell zu produzieren. Dann kann es sein, dass der Hund gar nicht mehr trimmbar ist. Das heißt, der rennt dann mit so alten Fellhaaren quasi rum. Überbleibsel quasi. Genau, richtig. Und man hält das Fell quasi gesund, indem man regelmäßig trimmt. Weil dann kommt unten immer wieder eine schöne neue Schicht nach. Franzi, ich merke schon, du brennst dafür. Ja, total. Und das ist deine absolute Leidenschaft, ne? Wie schön. Aber sie hat uns einen coolen Überblick heute gegeben darüber, was es so für Felltypen gibt und wie man sie am besten pflegt. Aber Leute, ich habe sie ja noch einmal bei mir. Da wird sie uns einmal rund um Mythen, um Fellmythen einiges erzählen und wie man seinen eigenen Hund zu Hause vor allen Dingen pflegt. Und ja, aber damit ihr das sehen könnt, Kanal abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank erstmal, dass du dabei warst. Das hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und wir sehen uns wieder nächste Woche zur gewohnten Zeit um 17 Uhr. Ciao. Tschüss. Tschüss.